Das Spielspiel ist natürlich für uns, wir haben gewusst, dass es eine einmalige Chance ist und wir sind voller zuversichtlich und voller Tatendrang an das Spiel her und es ist nach meiner Ansicht auch für uns gelaufen, wir können unsere Chancen gut auswerten und Biel hat vielleicht ein wenig gekadert und schlussendlich ist es, glaube ich, schon klein ist festgestanden, wer eben Meister wird. Ja, wie es bisher so ist, wenn man es mit heute vergleicht, hat es ein wenig Unterschied gegeben, aber man hat auch viele Geld, sind aufeinander hochgekumpelt und weil das eben heute noch viel schlimmer ist. Ja, mein Highlight ist natürlich eben das Bärnspiel, das in der Meisterschaft ist passiert, wo wir sie Meister geworden sind, kurz vor Weihnachten, wo wir dann den Match in Bern neu drehen konnten, kurz vor Schluss. Ich war dann auf der Strafbank und musste mitverfolgen, weil eben Bern das Drehen sind gemacht und bin dann vielleicht aus Verrückten rausgekommen und habe mit so einem Golder Ausgleich gearbeitet und am Schluss habe ich über eine halbe Minute vor Schluss noch, würde ich alles ja einen Pass geben, um trotzdem noch zum Sieg, den er gelenkt hat.